Der Pol, Trojani! Der Pol! Der Pol! So diese Genauer. Wir müssen doch rasch wie möglich aus der Schlechtfetterzone heraus! Wir fallen! Dann hat man es vorhin der Höhe! Schlechte Stimmung herrscht nur, weil Sie nicht in der Lage sind, einen vernünftigen Befehl zu geben. Das ist eine Frechheit. Wir wollen Sie beurteilen, ob meine Befehle vernünftig oder unvernünftig sind. Das sagt mir mein gesunder Menschenverstand. Idiotie. Verblödung ist das. Keine Menschenseele kommt mehr zu uns. Kein Flieger und kein Krasi. Die Tatsache, dass Sie, Herr General, als Erster gerettet wurden, ist offenbar gewissen Missdeutungen ausgesetzt. Der Pol. Der Pol. Seine Geschichte. Wenn Sie den Pol. Die Tatsache, der Pol.